Am Montagvormittag kam es zum Brand des Schuppens an einem Nebengebäude in der Bahnhofstraße in Breitendorf. Schon von Weitem war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehren der umliegenden Orte und die Berufsfeuerwehr aus Bautzen wurden alarmiert. Sie konnten durch das zügige Eingreifen eine Ausbreitung der Flammen auf das Nebengebäude verhindern. Der Schuppen allerdings brannte nahezu vollständig ab. Inwieweit die Fassade und das Dach durch den Brand beschädigt wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.